Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin Olivia Owens. Ich möchte einchecken. Reserviert auf Brian Wolf, bitte. Bist du schon sehr aufgeregt? Bisschen nervös. Ach, das gehört dazu, oder? Kalte Füße vor der Hochzeit? Auf Rich, der in drei Monaten die große Liebe fand. Und du bist übrigens der Nächste. Ich glaube, ich habe den perfekten Mann für dich gefunden. Er ist Richards Trauzeuge. Jennys Trauzeuge. Genau dein Typ. Wieso ist sie hier? Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass er hier ist. Vielleicht ist als Mensch gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, ob ich diese Veränderung will. Wir werden in einer anderen Stadt sein, in der wir keinen kennen. Vielleicht blassen wir es ab, bevor es zu spät ist. Wir müssen zusammenhalten. Operation, wir bringen das Hochzeitspaar wieder zusammen, startet jetzt. Was hältst du von brunch? Ich bin nicht hungrig. Jenny wird nicht kommen. Ja, Rich kommt auch nicht. Ich schreibe dir später. Mr. Wolf? Das ist nicht für uns. Ich habe schon dafür bezahlt. Das ist unangenehm. Wir werden es gemeinsam überstehen. Die Musik ist sehr romantisch. Sie müssen tanzen. Der Kenner war penetrant. Er sorgt eben für den Romantikfaktor. Wir brauchen einen neuen Schlagplan. In ungefähr 45 Minuten. Das klingt sehr gut. Wir müssen sie erinnern, dass Liebe stärker sein kann. Man kann Verbindungen nicht leugnen. Seine Firma zerstört meinen Garten. Beziehungen sind nie nur perfekt. Aber für manche Menschen muss man kämpfen. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren.